Hallo bei Anker TV, wir sprechen heute über das neueste Werk von Marian Dora mit dem Namen Thomas und Marco und bei der Premiere hatte ich die Gelegenheit mit Marian Dora persönlich zu sprechen, alles dazu gibt es jetzt. Also ich selbst bin erst vor kurzem eigentlich auf den Regisseur Marian Dora aufmerksam geworden, allerdings habe ich mich seitdem sehr intensiv mit seinen Filmen und auch mit ihm beschäftigt, also was man halt so über ihn im Internet findet und jeder der Marian Dora kennt oder seine Filme kennt, weiß, seine Filme seien ein Schlag in die Magengegend, seine Filme lassen den Zuseher sprachlos zurück und seine Filme regen wirklich zum Nachdenken an, also mir ist es bis jetzt bei fast jedem seiner Filme so gegangen, dass ich danach einmal da gesessen bin, sprachlos war und mir immer Gedanken darüber machen habe müssen, was habe ich da eigentlich gerade gesehen und ich finde, die Filme beschäftigen einen auch nachhaltig, man will einfach dann, man überlegt, was soll der Film aussagen, es sind meistens auch sehr explizite, sage ich mal, Gewaltdarstellungen oder andere Darstellungen, die sehr explizit sind, was man erst einmal verarbeiten muss. Ja, gestern war ich auf dem Weekend of 4 Filmfestival und dort hatte der neueste Film von Marian Dora seine Premiere. Ja, der neueste Film heißt Thomas und Marco, warum heißt dieser Film so oder Film und Anführungszeichen, weil, ich komme gleich darauf zu sprechen, ich finde Werk, also das neueste Werk passt eigentlich besser, als wie das man sagt, der neueste Film von Marian Dora, ja, gehen tut es in diesem Werk um Thomas Görsch und Marco Klammer. Für jeden, der diese zwei Leute nicht kennt, Thomas Görsch hat bereits in einem Film von Marian Dora mitgespielt und zwar in Reise nach Agatis, ist ein Schauspieler und auch Marco Klammer hat bereits in einem Film von Marian Dora mitgespielt und zwar im Verlangen der Maria D. So, um was geht es jetzt in diesem Film bzw. in diesem Werk? Eigentlich sieht man nur diese beiden Schauspieler an verschiedenen Orten, in verschiedenen Situationen, wie sie philosophieren. Sie philosophieren über ihre Filmgeschichte, über ihre Filme, die sie gedreht haben, über die ganze, wie sagt man, über die ganze Filmszene, Underground-Szene, Independence-Szene und Marian Dora war ja bei diesem Filmfestival selbst vor Ort und er hat gesagt, dass er Wert darauf gelegt hat, dass die Schauspieler, also dass dort auch nur gesagt wird, was auch wirklich stimmt, also dass da in diesem Film nur die Wahrheit und die Realität wiedergespiegelt wird. Jetzt ist das, ja wie soll ich sagen, ich finde, es verschwimmt so ein bisschen die Realität mit dem Film. Großteils ist es sicher Realität, die Schauspieler tauschen sich über ihre Erfahrungen aus, sie reden auch über Produktionen, wie Filme produziert worden sind, über Situationen, was für Stimmung war dort und was ist dort alles vorgefallen. Und sie reden da auch sehr offen und ich finde, sie geben einen sehr, sehr guten Einblick so ein bisschen ins Denken dieser Künstler, ich nenne sie jetzt Künstler, nicht Schauspieler, weil ich denke, dass das, was diese Schauspieler so gespielt haben in ihrer Vergangenheit, viele andere Schauspieler nicht spielen würden. Also ich glaube, die haben schon so ein bisschen ein eigenes Denken und ich versuche das jetzt bewusst wertfrei zu halten. Jeder kann sich das selber anschauen und kann sich sein eigenes Bild machen. Ich versuche es jetzt wirklich wertfrei zu halten. Also wer jetzt da einen klassischen Marian-Torra-Film erwartet mit, sagen wir mal, schönen Bildern wie, ja schön unter Anführungszeichen, schönen Aufnahmen und tollen Bildern mit toller Musik, toller musikalischer Untermalung und toller Lichtsetzung und so weiter, wie zum Beispiel beim Verlangen der Maria D. oder Bestauch der Menschlichkeit, der ist bei dem Film falsch. Bei dem Film geht es, finde ich, darum, dass man wirklich ein bisschen einen Einblick kriegt, wie werden solche Filme produziert. Man kriegt einen Einblick in diese ganze Szene, sage ich mal, und man kriegt einen Einblick in dieses Denken, was diese Schauspieler haben und wie die das sehen. Allerdings, wie in jedem Marian-Torra-Film, ich glaube, jeder, was Marian-Torra-Filme kennt, weiß, dass in fast jedem Marian-Torra-Film so ziemlich alle Körperflüssigkeiten vorkommen, die der menschliche Körper so zu bieten hat. Auch in diesem Werk kommen alle Körperflüssigkeiten vor. Also es sind dann schon immer wieder Szenen, wo man mal daneben, wo man da sitzt und mal den Kopf schüttelt und sich denkt, ja, okay. Aber ich finde auch genau das spiegelt auch wieder diese, wie soll ich denn sagen, wieder das, was ich vorher gesagt habe, die Schauspieler machen einfach Sachen, was nicht jeder Schauspieler macht. Ja, diesen Film zu bewerten ist natürlich relativ schwierig, weil, ich kann jetzt nicht sagen, es war ein toller Film oder es war ein schlechter Film, weil dieses Werk, geht es nicht darum, einen tollen Film zu bieten mit tollen Aufnahmen, sondern einen Einblick in das Ganze zu geben. Wer sich dafür interessiert, der sagt, mich interessiert es einmal ein bisschen, einen Einblick in diese Produktionen zu kriegen, wie dickende Schauspieler, wie eben in diesen Themen, der ist da sicher gut aufgekommen und es war auch interessant. Allerdings muss ich dazu sagen, es war fast, es war um die zwei Stunden lang dieses Werk und es war schon lang. Es war interessant, aber zwei Stunden war dann schon sehr, sehr, sehr lang. Aber es war interessant. Also jeder, der sich für den Regisseur Marion Dora interessiert oder allgemein ein bisschen für dieses Underground-Film, für diese Szene, für den ist das sicher ein interessantes Werk. Ja, nach dem Film haben wir, wie gesagt, noch die Möglichkeit gehabt, mit Marion Dora persönlich zu reden. Da habe ich als allererstes einmal gleich zwei Autogramme abgestaubt. Die werde ich euch auch zeigen. Einmal am Verlangen der Maria D. und Besthoch der Menschlichkeit. Ja, und einmal auf dem Cover von Melancholie der Engel, was ja eigentlich so das Aushängeschild von Marion Dora ist. Ja, gleich vorweg, wir haben mit Marion Dora, also ich und der Kollege, ein Kollege war auch noch dabei, haben mit Marion Dora dort direkt gesprochen. Allerdings war das schon, finde ich, eine sehr vertraute Situation. Es waren sehr wenig Leute dort und ich werde jetzt sicher nicht alles ausplaudern, was wir mit Marion dort geredet haben. Aber ich möchte auch sagen, was ich für einen Eindruck von diesem Regisseur bekommen habe. Und ja, aber wie gesagt, es war eine sehr vertraute Gesprächsbasis und das würde ich jetzt nicht richtig finden, das alles einfach ausplaudern. Da Marion, wer ihn kennt, weiß, sehr viel Wert drauf legt, auf Anonymität und das Ganze ein bisschen, ja. Aber wie sagt man, anonym zu halten, ja. Und darum wäre ich sicher nicht alles ausplaudern. Aber wir sind zu Marion hin, haben mit ihm Reden angefangen und er war eigentlich von Anfang an sehr offen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, mit Marion zu sprechen, macht das. Also er war sehr, sehr offen, er steht wirklich Rede und Antwort, zumindest bei uns war es auch so. und mein Kollege hat gleich mal mit ein paar kritischen Fragen gestartet. Aber wie gesagt, der Marion ist da wirklich Rede und Antwort gestanden. Mein Eindruck von diesem Regisseur ist folgender. Ich weiß, der Regisseur ist sehr, sehr umstritten. Es wird viel diskutiert und wer seine Filme kennt oder wer sich auch ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, weiß, warum so viel diskutiert wird und warum er auch sehr kritisiert wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich auch teilweise schwer, das so zu akzeptieren, wie die Filme produziert werden und das so hinzunehmen, dass man sagt, ich finde das gut, tue mich wirklich schwer. Aber eins habe ich, also so habe ich den Eindruck von ihm schon. Also ich finde, also so habe ich ihn wahrgenommen. Das ist rein mein persönliches Empfinden. Ich finde, er ist ein Mensch, der für das lebt, was er macht. Ich bin mir sicher, der ist mit Herzblut in dem dabei, was er da macht. Und ich finde, genau das sieht man, gerade in seinen letzten Werken. Man sieht, wie schön die Bilder sind, die Lichtsetzung, immer die musikalische Untermalung. Er macht ja eigentlich alles selber. Er macht die Kamera selber, er macht das Drehbuch selber, er macht die Musik selber, er macht die Filme eigentlich. Mit einem ganz kleinen Budget macht er diese Filme. Und ich finde, genau das Herzblut, was der da reinsteckt, und das sieht man, spiegelt sich in seinen Filmen einfach wieder, in diesen Aufnahmen. Klar, wie er das Ganze darstellt, ist heftig. Aber er schafft Folgendes mit seinen Filmen. Er schafft, er schafft, Emotionen zu wecken ihn an. Und ich finde, gute Filme müssen das schaffen, dass sich heute irgendeine Emotion in mir regt. Ja, das ist mein Eindruck von Marien. Der Mensch ist sicher, er hat auch selber gesagt, er liebt Filme, ich glaube, das kann ich schon sagen, er liebt Filme, und ich glaube, genau das merkt man. Man merkt, dass er das macht, weil er dafür brennt. Er brennt vor innen aus. Er ist ein sehr ruhiger Mensch, also er ist jetzt nicht der Euphorische, der da voll ab geht. Aber man merkt, ich finde, man merkt, wie er das sagt, dass er für das lebt, für das brennt. Und das spiegelt sich auch in seinen Filmen wider. Mir ist jetzt eins auch wichtig, in den Kommentaren, wenn es Kritik gibt, bitte immer, wir bleiben auf einem gewissen Niveau, wir werden nicht beleidigend, aber es kann natürlich jeder seine Meinung auch frei äußern. Das war es schon wieder mit diesem Video. Ich bin schon wirklich gespannt auf eure Meinung zum Ariantara-Filmen oder zu diesem Regisseur an sich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.